Das neue Galaxy S7 und das Galaxy S7 Edge sehen ihren Vorgängern auf den ersten Blick sehr ähnlich. Samsung hat allerdings einiges bei den Geräten verbessert, sowohl bei der Hardware als auch bei der Software. Die Smartphones haben jeweils eine 12-Megapixel-Kamera mit sehr schnellem und zuverlässigem Autofokus. Dank größerer Pixel ist die Bildqualität bei Aufnahmen in dunklen Umgebungen merklich besser als bei den Vorgängergeräten. Stark vergrößerte Details bei Tageslichtaufnahmen sind zwar nicht mehr ganz so sauber wie bei den Galaxy S6 Modellen, der schnelle Autofokus und die guten Bilder in schwierigen Lichtsituationen machen dies aber wieder wett. Als Prozessor kommt Samsungs neuer Exynos 8890 zum Einsatz. Wohl auch dank der verbauten Heatpipe drosselt das SoC in unseren Dauerspieleversuchen nicht nennenswert. Ein neuer Modus zum Herunterschrauben der Grafikqualität bringt im Alltag tatsächlich eine längere Akkulaufzeit. Bei den Galaxy S7 Modellen hat Samsung anders als bei den Vorgängern wieder einen Speicherkartensteckplatz verbaut. Die neuen Smartphones sind vor Wasser und Staub geschützt, der Akku ist fest verbaut. Fazit Samsungs neue Top-Smartphones gefallen uns. Der Prozessor ist leistungsfähig und verliert auch bei längerem Spielen kaum an Geschwindigkeit. Das neue Kamerakonzept ist gelungen. Insgesamt halten wir das Galaxy S7 und das Galaxy S7 Edge für interessanter als ihre Vorgänger. Wer auf der Suche nach einem Top-Smartphone ist und sich nicht daran stört, dass Samsungs neue Geräte nur 32 GB internen Speicher haben, sollte sie sich unbedingt anschauen. von der Suche nach einem Top-Smartphone passen. Von dem